Musik Die Bau ist nicht nur die größte Architektenmesse, sondern auch die größte Handwerkermesse. Nicht zuletzt, weil es in diesem Jahr zwei neue Hallen gibt. Außerdem großes Thema sind kabellose Maschinen und Geräte mit extra starken Akkus. Das hier ist eine Akku-Tischkreissäge mit Trolley-Funktion. Das bedeutet also, die kann man einfach zusammenklappen und wie ein Koffer hinter sich herziehen und das ganze kabellos. Und das probiere ich jetzt mal aus. Musik 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 Ehrlich gesagt könnte ich das stundenlang weitermachen. Woran liegt denn das? Ja, das ist das Besondere an dem Exoskelett per Exo. Das Gewicht wird hier aufgenommen, Ihres Armes und dann abgeleitet über das Gelenk und den Expander in die Hüfte. Und dann spüren Sie nichts mehr oben am Schulterband. Ich könnte auch so die ganze Zeit machen. Das ist auch total lässig, oder? Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ein Bier. Dieses Sägeblatt ist sensationell. Es schafft nicht nur Holz, sondern auch Metall. Und das besonders erleichternd für Fensterbauer. Also ich muss sagen, Handwerker sind echt gute Typen. Ich habe richtig viel Spaß gehabt und hier gibt es auch noch so viel zu erleben. Deswegen komme ich morgen wieder. Bye, bye. Musik Musik Oh Gott! Musik Musik Musik